Und dann habe ich mir ein neues iPad gekauft. Yay. Oh, gut. Ich habe es aber vorher von Leo abnehmen lassen. Ich war nicht sicher, ob ich darf, aber er hat gesagt, es ist in Ordnung, weil es super billig war. Also es kam noch mal so eine eBay-Geschichte, wo irgendwie aus unbekannten Gründen Gutscheine rumfliegen. Habe ich auch benutzt, ja. Und dann geht halt am eBay mit solchen nicht gestohlenen Produkten ist ein bisschen schwierig, weil manche Händler nehmen das so mit Steuern nicht so richtig ernst. Und da muss man so ein bisschen deren Kleingedrucktes lesen, ob man da nicht wahrscheinlich am Ende auch wegen Steuerhinterziehung mitschuldig wäre, was die da so veranstalten. So irgendwie, Ware liegt in Holland, aber Firmensitz ist in Taiwan und du kriegst keine Rechnung und irgendjemand bringt dann so ein iPad bei dir. Ist mir zu windig. Definitiv. Deswegen habe ich dann einen deutschen Händler genommen, der ziemlich genau so viel mehr verlangt, was da Steuer drin ist. Also das ist unklar, wie das auf eBay gut geht, aber da wird ja ab und zu diskutiert, was auf diesen Plattformen, ebenso bei Amazon Marketplace, was sich da ausländische Firmen hier rausnehmen und so ein bisschen, also wirklich so drei Stufen zu schädig sind eigentlich. Das ist nicht in Ordnung. Aber dieses iPad kam dann an, original verpackt, vermutlich nicht gestohlen. Ich habe bei dem Händler auch schon ein, zwei Mal was anderes bestellt, Apple-Zeug und das war immer okay, aber die verkaufen auch Autoreifen. Das ist so ein Alles-Händler auf eBay, der... Was halt reinkommt, wird rausgelotzt, ja. Und ich würde... Also sechste Generation, oder? Genau, sechste Generation, dieses neue iPad mit Pencil-Support und ohne die fancy Sachen, was das iPad Pro ansonsten drin hat. Also iPad ohne Pro, das 2018er Modell und das ist völlig in Ordnung. Ich habe irgendwie aus Versehen ein Weißes bestellt, wollte ich nicht, aber das ist okay. Eigentlich mag ich den schwarzen Rahmen lieber, aber jetzt ist halt Weißes auch wurscht. Und für den Preis, so Hausnummer 200 und ein paar zerquetschte Euro, ist das halt total super, weil... Das ist der Wahnsinn. Bisher iPad Pro mit Pencil-Support hat wo angefangen? Über 500. Ja, 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 ja. Und jetzt ist das halt ein iPad, was wirklich ausreichend schnell ist. Es kommt im Geekbench jetzt lange nicht an das iPhone X dran. Ist halt so eine Generation hinterher. Aber ist auch völlig wurscht. Also du kommst selten in eine Situation, wo das iPad wirklich CPU-bound ist. Du kannst damit eigentlich alles wunderbar erledigen. Lautsprecher sind ein bisschen schlechter. Screen ist ein bisschen schlechter. Aber es ist halt... Ja, klar. Ich benutze es dann doch so wenig. Ich bin halt lang nicht voller iPad-User, weil das geht gar nicht. Klar. Das ist halt für viele so surfen und irgendwie Twitter und meine Notiz mit dem Stift schreiben. Ist völlig in Ordnung, funktioniert super. Stift nach wie vor hat sich nichts geändert. Der ist für meine Handschrift nicht so gut geeignet. Ein Hörer hat gefragt, wie ist es denn, wenn ich... Der hat eine sehr kleine, feine Schrift. Und der schreibt normalerweise, hat er gesagt, in so Notizbücher mit einem extra dünnen Stift, weil er so klein und fein schreibt, damit das dann nicht zusammenschmiert. Und dann weiß ich es auch nicht, weil so gefühlt macht der... Das iPad ist ja ungefähr so A5-Größe, mehr oder weniger. Und ich finde, du kannst auf das iPad weniger schreiben als auf ein A5-Papier. Okay. Also ich muss größer schreiben, damit meine Handschrift da noch aufgelöst wird, sozusagen. Okay. Ja, weil also es ist so, als würdest du mit einem sehr dicken Stift schreiben. Würde ich? Ja. Ja, auch wenn du jetzt... Auch wenn der Stift nur in der Software als Bleistift dann erscheint. Aber du musst entweder... Also ich muss ein bisschen größer schreiben, damit das noch lesbar ist und damit das irgendwie Sinn ergibt. Das lässt sich entweder in der Software lösen, dass du halt die Seite erst aufzoomst, bevor du schreibst. Oder du schreibst halt größer und hast halt dann weniger Platz. Also so effektiv ist es halt so von der nutzbaren Fläche nicht so wie ein Block A5, sondern wie so ein Block A6, würde ich eher sagen. Okay. Zumindest mit meiner Handschrift und vielleicht bei dem Hörer auch, der sehr fein schreibt. Das mag sich individuell unterscheiden. Bei mir kommt bei der Handschrift dazu, ich hebe so einen Stift offensichtlich, habe ich erst beim iPad gelernt, rausgefunden. Ich hebe den Stift zwischen den Strichen nicht hoch. Also ich lasse den Stift eigentlich immer auf dem Papier und drücke mehr oder weniger. Aber das führt auf dem iPad dazu, dass die Linie immer durchgezogen ist. Okay. Und das ist nicht so toll. Also ich müsste ein bisschen anders schreiben. Ich müsste den Stift explizit mehr hochheben, vom Glas wegheben, wenn man die Linie unterbrochen wird. Da kann man auch in der Software könnte man, ich habe mal mit einem Entwickler auch geredet, ich weiß nicht, ob die das inzwischen umgesetzt haben, dass du halt so den untersten Bereich von der Druckstärke, dass du den wegschneidest, dass du sagst, ich weiß nicht, wie viele Druckstufen hat der Pencil? 1024 oder irgendwas? Viele. Dass du halt sagst, die untersten 200 Druckstufen, die schmeiß weg. Die sind mir egal. Das wäre für mich ganz praktisch. Aber vielleicht bin ich da auch ein Sonderfall, weil ich so komisch schreibe. Es gibt halt noch so Software, du kannst dir halt in Software behelfen, indem du irgendwie so andere Notiz-Ups benutzt, wo du halt ein Feld hast, wo du ganz normal in deiner Größe schreiben kannst, also richtig fett. Und das ist sozusagen nur ein Zoom-Fenster, der Text, der dann auf dem eigentlichen Notizplatz dargestellt wird, ist halt dann sehr klein. Ich stimme dir aber zu, also wenn man normal in der Notiz-Up oder so schreibt, dann fällt das auch immer größer aus, als ob ich auf einem Blog schreiben würde. Ich meine, bei mir kommt dieses Handschreiben irgendwie gar nicht zum Tragen, weil das habe ich irgendwann mal vor 20 Jahren oder so verlernt und noch nicht mehr benutzt. Der Pencil ist halt für andere Geschichten für mich am iPad gut, außerhalb von den handschriftlichen Notizen. Damals, als wir über das iPad Pro geredet haben, haben ein paar Schüler und Studenten sich gemeldet und haben gesagt, das ist das beste seit geschnitten Brot, weil sie halt ihre ganzen Arbeitsblätter und Zeug, was sie als PDFs bekommen, dann damit markieren und annotieren können und ausfüllen können und solche Sachen. Ich habe ab und zu hier einen Kollegen, der hat schon immer seine Notizen auf dem iPad gehabt, früher mit so einem Gumminippelstift und jetzt halt dann kann er, wenn er sowas in so einem Skript halt irgendwie mitliest und wenn wir Aufnahmen machen, das ist fertig aufgenommen, das war okay. Dafür ist es super. Also gerade wenn du irgendwo einen Teil von deinem, wie auch immer gearteten Workflow, wenn du den mit PDFs und Handnotizen, beziehungsweise wenn du bisher Papier ausgedruckt hast und auf so ausgedruckten Sachen rumgemalt hast, das lässt sich super mit dem iPad abbilden. Wenn du sowieso irgendwas mit zeichnen kannst und sowas, lässt sich auch super abbilden. Damit kannst du schon echt eine ganze Menge anfangen. und jetzt ist es halt zusätzlich noch, also wenn du dich geschickt anstellst und die Schnäppchen-Seiten durchwühlst, dann kommst du iPad und Stift um die 300 Euro raus und das ist schon echt okay. Dafür kriegst du sehr viel. Offizieller Preis ist 350 Euro. Ich habe gerade mal nachgeschaut für das 32 Gigabyte Modell. Und offizieller Preis für einen Stift ungefähr ein Hunderter. Ja, Edo-Preis 90, ja genau. Du kannst irgendwas zwischen 300 und 450 ausgeben, je nachdem. Und dann hast du da schon was. Für 450 finde ich es ein bisschen happig, weil der Stift halt mit dem Hunderter ordentlich reinhaut. Wenn du da wieder schaust, gibt es ab und zu mal ein Angebot für 70. Ja. Und dann ist es schon ein Ziel. Vielleicht halt jetzt kein Pro-Modell kaufen. Ja.